Hi YouTube, ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Heute gibt es einen weiteren Katastrophenteil von We Will Hit Together mit dem lieben Timon. Ich hoffe, ihr enjoyed es mehr als wir beim Spielen. Und ganz viel Spaß. Kuss, kuss, kuss. So, ich habe keine Ahnung, was hier abgehebt. Ich kann jetzt ziehen, ich ziehe einfach. Ah! Ah, oh nee, ich mag das gar nicht hier. Wir müssen jetzt wieder die Farben bei dir. Du musst in diesen Keller krabbeln, weißt du das? Eine Ewigkeit später. Machst du mit die Rätsel eigentlich, oder? Nein. Warte, ich kann hier... Ah, hier. Ich brauche blau aus der sieben. Warte kurz. Oh, oder aus der sechs. Ah, jaja, ich bin jetzt hier. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich die Rohre so mache. Du musst die in diese Löcher einsetzen. Also, ich habe noch keine Rohre gefunden. Die liegen oben. Nicht im Keller. Im Keller liegt, glaube ich, eins. Du musst die Rohre finden und dann... Oh nein. Ja, und dann musst du die Rohre da reinstecken. Ach, hier ist eine Rohre. Oh, nee! Hast du mir das Licht umgefallen? Ja! Scheiß auf Licht. Oh, warte, ich habe es, glaube ich... Madi hat auch so eine Rohre. Die findet aber die Rohre gerade nicht. Ach, hier! Doch, findet sie. Und wir müssen mit genug Druck blau hier in das blaue Fass bei mir kriegen. Oh, das ist lila. Deswegen geht es nicht. Und lila kriegen wir hin mit blau und gelb. Aber das checke ich nicht. Hey, das macht gar keinen Sinn alles hier. Kannst du irgendwie blau und gelb bei dir verbinden gerade? Kommt von dir gerade blau und gelb raus. Ah! Oh, warte, das kann ich sogar, glaube ich. Ne, jetzt habe ich grün. Aber grün ist auch okay. So, und jetzt musst du alles abdichten, sodass grün... Du hast ja jetzt grün bei dir, ja? Und grün darf nirgendwo raus... Rausgehen, ja? Mhm, mhm. Ah, das... Checker? Ja. Das Problem bei dem Rätsel-Game ist nicht die Rätsel per se, sondern dass du die Rätsel zu zweit machst und die Hälfte von dem Rätsel nicht siehst. Ne, ne, also es ist schon ein Problem, die einfach mit mir zu machen. Ja, ja, also es liegt an der anderen Person. Ah, ne, grün ist nicht dicht. Hier ist noch ein grünes. Vergiss es. Ja, grün ist dicht. Grün haben wir fertig. So. Jetzt brauchen wir orange. Wie kriegen wir orange hin? Rot. Hast du rot? Danke für deinen Abend. Ja, danke für deine Zeit. Danke, ciao. Ich kann nicht ab, warum ist meine Playlist zu Ende? Ah, warte, das... Okay. Okay, ich habe Geld und... Ja, orange ist hier. Orange jetzt. Ja, ist dicht bei mir, glaube ich. Oder? Oder? Oder shit? Ah, ne, ist doch nicht dicht. Psi, das war ich vielleicht. Ah. Kannst du machen, dass orange nicht aus der 5 kommt? Aus der 5? Äh, ja. Ich gebe dir jetzt in die 3 rein. Ist nicht mehr in der 5. Oh, wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Hä? Ja, easy, easy, easy. Guck mal, lila brauchen wir blau und rot wahrscheinlich. Oh. Oh. Schuhen. Oh mein Gott, ich bin so genervt. Wir haben doch gerade angefangen erst. Schaffst du denn die 1 rot zu machen? Was ist das auf dem Rohr? Ah, das geht dann deswegen nicht. Ich habe lila, aber ich kriege es nicht weiter als da, wo ich bin. Oh, warte, das sieht gut aus. Aber kann ich die Kurve so machen? Ah. Alles gut. Kurz im Pert gewesen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe es. Eine Sekunde. Ist bei dir denn dicht? Ja, gerade noch. Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Easy. Okay. Ich finde gerade Samen. Bitte fall nicht in den Brunnen. Ich muss, glaube ich, mit einem Eimer aus dem Brunnen Wasser holen oder so. Jetzt öffne ich gerade hier irgendwas. Oh, jetzt passiert irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Oh, ich kletter wieder rauf. Ich kann nicht mehr raufklettern. Wie ist das denn passiert? Ich bin da reingelaufen. Nicht da Wasser rein, oder? Ja. Oh, ich habe hier so ein Ding. Oh, crazy. Oh, ich glaube, ich kann dir voll helfen. Ich gucke mal, ob ich Saturn finde. Nicht ertrinken. Oh, ja. Auf dem mittelben Rad kann ich nur stehen. Versuch mal zu ertrinken. Das wäre ja schon crazy, zu einer Leiter zu kommen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Bei dir tut sich gar nichts. Ja, doch. Das Wasser steigt. Moment. Das ist ja interaktiver Streaming. Warte, warte. Tut sich was? Tut sich was? Du drehst Saturn. Ein noch. Komm mal, komm mal. Saturn, Saturn. Nein, zurück. Was für Stopp, was für Stopp, was für Stopp. Zurück, zurück, zurück. Ich checke halt auch wirklich gar nicht, was ich tun muss. Oh, du bist tot. Geh mal ein bisschen planschen. Oh, ich kann nicht springen. Alter, muss ich jetzt halt. Ich kümmere mich hier um Saturn, Chat. Ich kümmere mich hier um Saturn. Ich habe letztes Mal genau da ausgemacht. Ja, es war schlau von uns. Aber wenn sie, warum sind hier überall die Zeichen, wenn sie die nicht hat? Und warum ist hier ein Kompass, der auch irgendwo zeigt? Ich habe auch einen Kompass. Oh, warte mal. Du hast auch einen Kompass. Ich glaube, also ich habe einen... Norden, nicht ohne sich. Oh, ich habe was anderes bewegt. Nordwesten. Oh, du bewegst was anderes. Nordwesten ist der Saturn. Mal hier ein... Oh, green. So. Hier, guys. Noch eine Runde. Warte. Ja, noch eine Runde. Machen wir. Warte. Okay, so kann ich stoppen. Ja, eins noch. Stopp. So, jetzt das Nächste. Also das, was du davor gemacht hast, ist das Nächste. Die Sternchen sind das jetzt bei mir und die sind im... Oh, das ist Kacker. Ja. Das Wasser auch. Oh, ich bin doch dumm, Timon. Ich weiß. Oh, ich kann doch so einen Scheiß nicht. Ja, ja, stopp. Oh. Was für Stopp? Nur einmal musst du zudrehen, aber egal. Dann zieh weiter. Einen noch. Stopp. Perfekt. Kann ich jetzt hier schon klettern? Ah, okay. Das war schlau, dass wir die so gemacht haben. Ja, Nächste ist die Sonne und die ist... ...im... ...Nordosten. Wenn du aus Versehen runtergeklettert hast, dann wär's vielleicht nicht mehr egal gewesen. Ja, 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 ja. Eins noch. Stopp. Perfekt. Ja? Oh. Oh. Okay. Nächste ist der Stern und der Stern ist Südwesten. Oh, wir haben, glaube ich, ein Problem. Alles super. Warum? Er klemmt einen Schlauch fest. Ein Schlauch klemmt? Ja, ich glaube, das Spiel checkt das nicht, aber ich glaube, der Schlauch klemmt. Hey, stopp. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ist gut. Ist okay, ja. Letzte. Das ist der Mond und der Mond ist Osten. Vielleicht das so? Oh mein Gott. Ja, ja, stopp, stopp. Nein. Wir machen noch eine Runde. Warte. Ja, mach eine Runde. Ich hänge nämlich an dem, was du drehst. Yo, jetzt. Es wird wild. Oh, da ist das Rohr. Okay. Stopp. Ja, du hast mich einfach mit einem der Innenbruch umgedreht. Wie, was? Ich bin ein bisschen schwindelig. Jetzt kann ich Pflanzen säen. Du kannst oben bei den Fässern, kannst du dir Wasser oder so holen, glaube ich. Ähm, warte kurz. Ich habe hier so ein Buch. Warte. Ich weiß nicht. Oder buch du dir mal einen rein. Ähm, was für Pflanzen brauchst du denn? Boah, ich checke es gar nicht. Zeig mal, was du hast. Platzieren. Zeig mal. Okay, ich zeige dir mal, was ich habe. Zeig mal, zeig mal. Später nach dem Stream. Ah, da ist die Pflanze. So, die pflanze ich jetzt an. Ey, die Reaktion habe ich zwar erwartet, aber. Warte, wo, wo. Ich kann hier gelb reinpacken. Und dann könnte ich das runterziehen. Und dann passiert was. Ich habe es weggemacht. Perfekt. Ja, ich glaube, du musst die, die aussieht wie drei echt hässliche Penisse mit Rot gießen. Oh, dann musst du mir Rot jetzt geben, damit ich die Pflanze gießen kann. Kann sein. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Farbe ändere. Du kannst jetzt zwei Sachen irgendwie in diese Pumpe da in der Ecke reinstellen. Und dann kriegst du eine andere Farbe. Und du kannst von mir grün, orange und lila bekommen, falls du das brauchst. Ich brauche gelb und eine hässliche Pflanze für Rot. Kann doch ein Fisch sein mit einem Hut. Fisch sein. Ja, sagen wir mal, das ist ein Fisch mit einem Hut. Gib mir mal eine Loro wieder. Komm, drüber. Oh ja, das ist, äh, das ist, ja, das ist der Fisch mit Hut. Ist das der, ist das der Fisch mit Hut? Ja, guck mal. Ja, crazy. Ich versuch das. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? Wird es jetzt rot? Ne, ich hab es, glaube ich, weggeworfen. Gib mal Bier. Weiß es doch nicht, Mann. Ich seh doch nicht, was da ist. Guck mal, was passiert. So, dann kann ich die uns auch noch machen. Und was brauchen wir? Wir brauchen von jedem Trank einen. Damit viele Pflanze werden kann. Kommt raus. Ist das passiert? Will ich jetzt rot? Hättest du alles gemacht? Hättest du alles gemacht? Ach da! Wenn ich's wie Udi sehe, Alter. Stimmt, ja. Jetzt gib mir erstmal das Rot rüber. First try, first try, first try. First try. Ja, super. So, und das gieße ich jetzt hier drauf. Ja gut, dann liegt's daran, dass ich halt einfach die falsche Pflanze gegossen hab, ja. Dreifach-Penis. Sieht aus wie diese Nase von diesem Penisaffen. Hallo, ruhig. Ich hab'n Dreifach-Penis. Okay, ich hab'n Dreifach-Penis und Fisch mit Ding, also den, den wir kennen. Will zu roten Trank. Aber ich kann da nix reinmachen. Ich mach das jetzt da rein. Ich guck, was passiert. Ja, guck mal, was passiert. Mit was? Mit dem, mit dem Fisch? Die beiden, die ich dir geschickt hab, die musst du zusammenführen und dann kriegst du einen roten. Und das müssen wir viermal machen. Jo, hab ich so bekommen. Okay. Das heißt, was brauchen wir jetzt? Weiß. Also, wir brauchen jetzt den, den gelben einzelnen Penis brauchen wir jetzt. Hm, den ekligen. Wie kriegen wir den? Du weißt ja, wenn wir das nicht. Fuck off! Also, du musst mir jetzt sagen, was ich machen muss, damit wir den gelben Penis kriegen. Ähm, mit grünem Krug muss ich das machen. So, und danach haben wir dann, ja, warte, ja, genau. Wie schickst du denn jetzt zwei? Kann ich mal den Samen suchen? Ich hab einfach grad zwei übrig. Muss ich den finden? Der war doch in dieser Brauch. Ich glaub schon. Ja, das sieht schon sehr grün aus, find ich. Aber warte, damit muss ich den gießen? Ja. Sag das doch. Ja, mach ich doch. Okay, hab ich. So, und jetzt muss ich den, nee, jetzt musst du den, ich schick dir den jetzt wieder und rote Grütze und daraus machst du einen weißen Trank. Die hab ich dir grad geschickt. Weil, ich hab, ich hab ja orangene Grütze in, in einem Becher. Nein, orangene Grütze im Eimer mit der Pflanze, die ich dir grad, ich hab dir beides quasi grad geschickt. Okay, okay. Wollt nur sicher. Und dann kriegen wir einen weißen Trank. Der ist ganz schön hell. Ja, hab ihn. Und jetzt brauchen wir einen Penis, wo ein lilanes Kondom drauf ist. Oder? Ist wirklich mit lila Eimer. Du brauchst lila Eimer von mir? Nee, du brauchst lila Eimer zum Gießen. Woll, echt jetzt, oder was? Das willst du nicht sehen. Okay, Luna. Also mein Kabelmensch, wenn's schlimm, der Rest ist okay. Und mein PC steht halt auf dem Boden. Das ist schon eine Kriegssünde für alle irgendwie. So, jetzt musst du den weißen Trank, den du gerade gemacht hast, Madi. Kurz Chat nicht lesen. Lass die kurz in Ruhe, die Männer. Ja? Schick mir die Logen schon mal zurück. So, und dann musst du die lilanen Pflanze, die ich dir jetzt schicke, mit dem weißen Trank verbinden. Und dann kriegst du einen grünen Trank. Äh, also die lila, lila mit weiß. Dann wird da ein grüner Trank draus. Deine Finger auf der Tastatur. Hey. Weißt du, wie in League of Legends die Elo's aussehen? Nee, aber wir leben einfach in verschiedenen Welten. Du brauchst das Rezept für das blaue Ei in einem Knochenkäfig. In so Rippen. Also, bei mir ist das ein blaues Ei mit so weißen, hellblauen Flügel. Ja, das ist es doch. Was sind denn Rippen? Sind die gelb bei dir? Na, das ist ja auch nicht hellblau. Gib mir das Rezept jetzt. Warte, ich schicke dir. Wie schickst du mir? Also, ich dachte, ich schicke dir, womit du gießen musst. Ich schicke dir auf WhatsApp, warte. So, ich muss jetzt die Pflanze, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem hier gießen, ja? Jo. Perfekt. So, und dann kommen zwei Pflanzen dabei raus. Und zwar beides blaue. Und die musst du jetzt zusammenballern. Für den blauen Trank, ja? Wir spielen We were here together. Weiter. Auf Marys YouTube-Channel könnt ihr die ersten zwei Teile sehen. Ja. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu lesen. So, und danach hast du einen... Ah, sehe. Hast du schon? Jetzt hast du einen roten, einen blauen und einen grünen Trank. Ja. Und die musst du alle drei zusammen machen. Dann kriegst du einen schwarzen Trank. Sie spielen Wii Ui. Wie geht's dir? Ich komme nicht nah genug heran. Muss einen anderen Weg geben. Ich habe eher so einen Ehrenmeier-Kolben. Und du hast mir hier... Schick mir mal das Ding nochmal zurück. Ja. Ich schicke dir jetzt was, was Luna gesagt hat. Sie hat gesagt, da liegt was auf dem rechten Tisch. Aber ich habe recht links Schwäche. Also vielleicht ist auch das Falsche. Ja, keine Ahnung, wie wir da drauf... Also das wäre jetzt lustig geworden, wenn Luna es nicht gesagt hätte. Das ist so ein Ding, weißt du? Ja. Ich fasse hier mal random Sachen an. Ich glaube, ich habe es gefallen. Videosequenz. Oh ja. Ach du heilige Scheiße. No, no, no. Du bist Doppel-D. Doppel-D hast du in deinem Namen. Aber nein, sie sind die Kote. Du bist alles, was ich sehe. Ich will dich dann nur immer fragen. Nach dem Podcast du magst du...